Hallöchen! So! Da sind wir wieder. Schauen wir mal, was wir in der letzten Folge bekommen haben. Präzisionsmagazin. Oh, Genauigkeitsbegründung. Sehr gut. Show! Ja, das schon deutlich gesagt. Ja, das war's, ne? Fähigkeiten Vorschau? Was ist das denn? Fassi-Wir-Fähig. Ah, okay. Okay. Ah, da wächst ich nur so durch. Haben wir denn genug Männer hier? Eigentlich. 12, 13. Einen können wir noch nehmen. Ich hab' keine Ahnung, welchen wir nehmen sollen. Sani ist eigentlich nie verkehrt, ne? Ne, mein Sani. Haben wir einen Sani rekrutiert. Das war ja wohl nix. Gegner haben plus 20 Lebenspunkte. Ja, hm. Ja, hm. Ah, hm, hm. Jetzt mindestens einen Sanitär, der ein. Absorbiere die Mission in höchstens 10 Süden. Ja, gut. Da hab' ich ja natürlich sowas von gar keinem Bock drauf. Inbedien. Halten plus 20 ausreichend. Ja, eine Ette kommt mit. Dann andere Ette kommt mit. Und dann kommt natürlich hier die Ette mit. Wo ist denn? Ah, okay. Auf Reisen. Ist die gute Dame. Nehmen wir ein bisschen Feuerkraft mit. Stufe 4. Wie weit haben wir den denn? 1950. Attacker! Das Ziel ist ein Immulsionsvorrat, den die Maden für ihren gewöhnlichen Scheiß vorbereiten. Jagd ihn mit einer Sprengladung hoch und erledigt jeglichen Widerstand. Sir, ja, sir. Auf geht's. Leg deine Ladung am Ziel an! Okay. Ich höre. Die werden, denke ich mal, hier schon warten, ne? Geht klar. Gut, hier ist noch keiner. Gibt's aber. Auch noch nicht. Bleibe in Alarmbereitschaft. Da. Okay. Laufel los. Dann los. Dann los. Dann los. Dann geh mal los. Warten auf den Vormarsch! Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4. Dann starten wir mal die Show! Ach, das ist dieser... Jetzt raff ich das erst. Das ist dieser Nahkampfradiuskreis, richtig? Wenn ich in diesen Kreis gehe... Ja, gut. Hat mir ein bisschen gedauert bei mir, aber... Aha. 21. Attacker! Daneben! Befehlt! Mir geht die Munition aus! Warte auf Befehle! Die werden da nämlich gleich anmaschiert kommen. Man sieht sich, Jack! Schussfeld festgelegt! So... Bereit! Ein Kerlchen haben wir noch hier. Auf dem Weg! Ich gebe hier drüben Deckung! Jo, haben wir alle durch. Not richtig... Lockest Aktivität! Kein Gesichter! Vielleicht die Idee, Mane! Als ob ich Augen bräuchte, um dich zu sehen. Soll noch einer das... Aha! Sehe ich aus wie ein Kratzbaum? Ehrlich? Ich fache den daneben! Wir sind dran! Hä? Wie kann man denn da daneben schießen? Keine Munition! Was zum... Hammer! Ich lade nach! Aha! Dünnen wir sie aus! Okay! Erwischt! So, jetzt aber! Das hat sogar ich gespürt! Ich kann kaum hinterher! Pass auf dich auf, Jack! Wir haben hier Deckung! Wo ist denn da ein Mädel? Vorschläge? Feuerschutz bitte! Dann haben wir wieder alle durch! Du kannst schon mal hierhin wandern! Wir waren ja nix, ne? Kissen! Wagen wir an dich! Wir lernen es nicht! Feier! Erledigt! Oh, schickere ich! Machen wir ernst! Bestätigt! Was gibt's? Hol ihn dir! Keine Munition! Ich lade nach! Komm schon! Tun wir's! Ich höre! Feuer bereit! Scanne jetzt! Aha! 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 Sehr aufhängende Gespräche hier! Jack ist getarnt! Wie ein Ninja! Stopp! Und fertig! Achtung! Ruck ist voraus! Ich sehe sie! Schade erledigt! Waffen bereit! Fenzchen gefällig! Schack! Schack! Lecker! Genau ins Gedern! Feind am Boden! Spreche auf! Yeah! 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 Yep! Oh! 15% war nicht gut! Munition wird knapp! Oh! 43! Keine Munition! Jack ist getarnt! So, schnell! Locust-Aktivität! Es kommt! Was auch immer es ist! Es vergesst nicht, wie er heißt! Machen wir ernst! Yep! Wie viel Prozent? 10%! Ne, das geht nicht so! Spreche auf! Ne, da gehen wir mal lieber Feuerschutz! Scanny jetzt! Na gut! Alter Mann! Augen auf! Zumindest ein Auge! Also dann! Selten! Position ist drin! Alter Ausschau! Aha! Man sieht sich, Jack! Jetzt holen wir uns. Ich mach das schon ne lange Zeit. Guter Kill. Guter Kill. Ah. Ah, jetzt muss ich jetzt wieder warten. Los. Wo geht das? Ich kann mal ein bisschen Schrumm drauf machen, dann läuft das schon. Eliminiere alle Gegner. Warte auf Befehle. Bestätigt. Ich höre. Breche auf. Man sieht sich, Jack. Kissen hier? Nee, nee. Und jetzt? Los, Attacker. Boah, Alter. Mischen wir sie auf. Aha. Wir sehen uns, Jack. Okay. Hörer klar und deutlich. Verstanden. Na komm, ich bin bereit. Opi trifft sowieso nicht. Scharfschütze? Du machst das mal hier. Jeb, gebe uns Deckung. Da reinmachen für den Angriff. Schrei doch nicht so, Junge. Direkt reingelaufen. Direkt reingelaufen. So magst du das. Vorwärts. Ich bin ganz ohr. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich bin schon fast. Oh, ich bin ein Schatz. Ich bin ein Schatz. ... ... Jack ist getarnt Befehle An mir kommt niemand vorbei Ich halte die Augen offen Na kommt schon Bitches Ich mach euch alle kalt Hab sie im Visier Erwischt Ich seh sie Du hast sie erwischt Netter Versuch Arschloch Alles klar Alles klar Los jetzt Jack ist getarnt Bereit Das sieht doch gut aus Aha Was ist denn der Geld Plus 25 Schleppertisch aus Präzisionsschuss 20 90% Rück mit dem Oh Kondition aus Sehr gut Und nochmal Letzter Schuss Und nochmal Nachladen Nachladen Vormarsch Mach nicht Bist du tot Wow Das ist ein richtiger Fick So Oh Da ist ja auch Oh Da ist ja auch Melde mich zum Dienst Melde mich zum Dienst Wow Ich verstehe Was eine Sauerei Dünnen wir sie aus Dünnen wir sie aus Das ist mein Visier versteht Alter wo schießt du denn den Junge Bin dran So Ja gut gemacht Jack Ich halte die Augen offen Ich mach das schon ne lange Zeit Ich mach das schon ne lange Zeit Fast keine Munition mehr Vorwärts Ah die haben keine Chance Wo schnitt sich dadurch Ah wieder hochgeholt Scheiße wir stehen wieder auf Ha Ich bin erstmal angeschossen sauber Waffen bereit Gönn ihn dir Mir geht die Munition aus Und du weil du ein hohe Äh Nade abgefertigt Wieder geholt hast Ich lade nach Ich lade nach Bleibe in Alarmbereitschaft Bleibe in Alarmbereitschaft Augen aufs Ziel Wir sehen uns Wir sehen uns Jack Stark Sanitäter steht bereit Okay Okay Jetzt geht's zu Fuß weiter Ich halte die Augen offen Ich bin hier Ich bin hier Los Nachgeladen Ich hole ihn dir Ich hole ihn dir Ich hole ihn dir Mit wegen Schnee Wie soll er ihn da hinfen wird? Ach komm mal nach vorne muss dich umlegen Oh, ach so. Oh, ach so. Oh, ach so. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Aha. Zack, das war der Erste. Mir geht die Munition aus. Komm, den griffst du auch. Ja. Hast rein. Hey. Bestätigt. Den auch noch? Noch einen Schuss. Na komm, ich bin bereit. Ach so, ich hab den schon. Wir sehen uns, Jack. Und jetzt? So. Bring es zu Ende. Fels in der Brandung. Noch eine Marde erledigt. Was ist hier hinten? Ich bin hier. Nee, ne? Oh. Ziemlich großes Gebiet. Bestimmt nachher noch wieder irgendwie so einen Gegenangriff abwehren oder so. In Bewegung. Ich bin ganz Uhr. Jep, gebe uns Deckung. Warten auf den Vormals. Ja, dann mach dich mal hier hin. Oh, völlig. Traut sich nicht. Fuck. Wie hält der war doch gezahnt. Machen wir ernst. Das Urteil wurde völlig weg. Das sah nach Spaß aus. Guter Kill. Find ich auch. Ich halte die Augen offen. Befehle? Auf dem Weg. Oh, komm. Jack ist getarnt. Ich halte die Augen offen. Ok. Ich halte die Augen offen. Okay. Ich breche auf. Kann man die Mission auch erleben? Schaut nur her, ihr Wichser. Genau ins Farbenkreuz. Er lebt noch? Der Einglück. So, so, jetzt kommt wieder so eine kleine C4 Ladung, plup, machen wir das. Gar kein Problem, easy peasy die Mission, und keiner Level Up, 5 in Richtung, 6 Kills. Okay, würde ich sagen, das war es erstmal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, ciao. Bis bald.